So, ich hoffe, es funktioniert und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir müssen nach dieser Folge mal kurz gucken, ob es aufgenommen hat. Gerade war ich nicht zu hören, das ist nicht ideal, würde ich behaupten. Ich glaube, für StarCraft sollte der Download kurz pausiert werden. Wer Liebe lebt. Ja, das ist Wer Liebe lebt auf Fisch, aber deutlich früher, glaube ich. Das stimmt gar nicht, das ist ein Jahr später. Tatsächlich, Wer Liebe lebt auf Fisch. Oh, nö. Aber es ist das grandiose Jahr 2002 in Zyrock. Da, wo du gesagt hast, das war dein Lieblingslar. Das Jahr, wo es kein einziges gutes Lied gab. Und dafür würde ich das fast noch als eines der Besten einordnen. Das ist schlecht. So, ich habe seit zwei Monaten kein StarCraft II mehr gespielt, Zyrock natürlich auch nicht. Ja, ich habe natürlich das gleiche gemacht. Das heißt, es kann heute super werden. Ihr könnt wieder die Vorrunde 29 verfolgen. Willkommen in Europa. Bleib fit. Das hatte ich tatsächlich durch Zufall mit drin, aber ich wollte heute nicht darüber reden, Zyrock. Deshalb habe ich es ausgeschlossen. Warum wolltest du nicht darüber reden? Nee, da rede ich jetzt auch nicht drüber. Das ist der größte Skandal der Geschichte des ESC. Wir warten so lange, bis der Prozess vorbei ist. Nächstes Jahr gibt es dann die Folge dazu. Ich nehme mal wie unsere hier hinten. Jajajaj. Mein Gott, wann ist denn dieses Lied endlich vorbei? Ihr Lieben lebt. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Je m'appelle Maximilien. Also ihr könnt das weiterverfolgen. Link ist in der Beschreibung, wenn ich dann gedacht habe, ihn anzupassen. Aber da wir tagesaktuell sind, wahrscheinlich schon. Gab die letzte Woche keine Folge, weil Zyrock letzte Woche nicht aufnehmen wollte. Wir brauchen mehr Mineralien. Du hast ja auch nichts gesagt. Doch, ich habe geschrieben, dieses oder nächstes. Du solltest ja dein nächstes. Ah, was war denn letztes Wochenende? Ich weiß gar nicht mehr. Das muss so spannend gewesen sein, ich kann nicht mehr weiß. Oh, aber zagt, du musst ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich. Guck mal, diese Riesenwand mit diesem ganzen Strahle. Das ist auch heftig. In Minger. Wir haben einen Schlafanzug an. Doch, warte, der hat einen Schlafanzug an, mitten auf der Bühne. Mit einem Glas Wein. Warum singt der nicht mit einem guten Glas Wein danach? Der muss doch reiben. Ganz auf, mich zu belästigen. Ah, Harmonie. Ja, weil du dein Schlafanzug noch an hattest. Das hat jetzt keiner verstanden, weil wir den Text nicht gehört haben. Das ist traurig. Aber ihr könnt ja mithören. An sich. Ich bin textsicher. Wir lieben. Rücksicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Mit der Aufsicht. Rücksicht. im beispiel kann nur zu rufen oder mit sparen beziehungs immer wieder auf den text für die leute denken sie würden die hälfte nicht hören richtig perfekt das lied ist was ihr hören könnt für den jahr und habt doch rücksicht warum reimt er nicht der macht immer so so ansätze als würde er rein wollten aber macht es dann nicht mit rücksicht wir können immer aufeinander bauen sehr schön dass uli höhneß rechts hinten auch dabei ist ich kenne leider nur das nach dem key change weil das kommt immer in wiederholung den text nur danach ist mir letztens schon aufgefallen in der ist die woche als ich mir alle deutschen beiträge noch mal gehört habe nicht genug von diesen aufsicht dass jeder seine fehler hat und das leben findet nicht nur heute statt weiß ich was für sich gerade an stimmt gibt auch ganz schön viele sichts offensichtlich im deutschen es gibt auch in deutschland viele zeugs ich weiß nicht ein youtuber hat mal gesagt ein ami der wollte ich auch einmal nicht mehr warum bist du auf einmal so leise weiß ich nicht ich habe hier ein hardcore tröppel ist schlecht ich schicke meine sechs linge die ich habe da mal hin ja ja das sieht schlecht aus habe ich das gefühl ich ich buffer jetzt bin ich tot focus des wop prism die workers mit ruf ist aber auch traurig dass es einfach einen job tötet ja von einer person ja es ist auch wer match hat er ja und schmutz spielt er hat nicht mal upgrades das ist ja das ist nicht echtzeitstrategie kollege das ist auch das war aber richtig schwach von uns aber so gehört sich das am anfang aber die hätten ja auch ein bisschen rücksicht auf uns nehmen können ja wer aufsicht so was sagst du zur rücksicht schwierig auf den an auf dem dingens das du schon gesagt hat es kommt vielleicht gar nicht mehr so viel gebe ich dir mal eine zwei du hast halt beim letzten mal habe ich gesehen nur sechs weiter gewollt und zehn durftest von er darf rücksicht vielleicht noch mal kommen ich habe ein wenig nachsicht heute kannst du ja nachher noch aus ja du musst nur ein bisschen aufsicht haben und im nächsten spiel aber ein bisschen fernsicht ob wir hätten eigentlich jetzt mal testen müssen ob die aufnahme läuft ich habe aber auch naja der zuschauer übt etwas nachsicht mit uns und steht zu uns der choice i made hat die plötzlich geflüstert das war gruselig das ist so gar nicht so gut dass wir brauchen wir mehr mineralien weil die tastatur fährt weg äh schiebel weg ich muss dich jetzt echt mal ein bisschen lauter stellen hier warum weiß ich nicht du bist doch immer leise sie auch nein ole 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 das ist so gar nicht das was sie gerade sind aber das lied ist langweilig wir sind halt bei den letzten 250 liedern angekommen und das trotz der 40 knapp die ich dazu gefügt habe heute noch du hast 40 hinzugefügt ja weil ja es c24 war war ja vorher nicht drin Euro papa Euro papa das kommt heute nicht aber es kommen drei andere aus 24 und tatsächlich der zufall wollte Euro papa auch drin haben aber ich habe ihn rausgenommen und ich habe einmal noch mit der Rangorder nachher gespielt weil ich das witzigen Gag fand siehst du nachher warum und ein bonus video gibt es heute auch noch also freut euch hier leute vielleicht kommt ja heute der sieger von diesen ja der schweizer vielleicht auch ja der kommt der sieger kommt nicht dieses komische mit dem dinge die etwas scheiße war sondern der richtige Sieger also wenn der Euro papa ausblendet ja ne der richtige Sieger war ja der Kroate der Chemokroate ne der schweizer schweizer Rock du lieber ne ne da war mein Sieger weil Europa war nicht dabei sein boah bei dir ist noch einiges falsch gelaufen ich mach es sehr gerne du warst beeindruckt von dem Rock oder nö aber von seiner performance haben sich beeindruckt von dem Inhalt auch dafür reicht die Energie nicht ähm hallo wo bist du? da oh let the dogs out wuff wuff oh das ist Geist Sebastian er hat ein richtig geiles Lied leider hat er das nicht bei mir ist hier gesungen das ist Sebastian Sebastian shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up das war es oder nicht vielleicht bin ich hier nicht dass ich wüsste aber vielleicht auch wir brauchen mehr Mineralien ich meine ist dies auch nicht schlecht wir brauchen mehr Mineralien aber er hat bessere the night so good war das erste mal dass Australien mitmachen durfte ja im europäischen Song Contest haben wir uns noch mit auf Ausnahme genehmigungen das ist schon der Fehler an sich schon ach Europa-Papa Junge heute ist Europawahl Leute aber nicht wenn ihr diese Folge seht da müsste ich sehr schnell sein auf jeden Fall werdet ihr es nicht mehr schaffen noch zu wählen ich bin's bleibloooock ah da sind ja Sachen machen Sachen das Lied ist nicht so schlecht dass du da drüber singen müsstest nein der hat sich jetzt hier eingebaut dieser Idiot ist aber auch nicht so gut das lachen könnte da sind schon wieder Sachen es wäre halt ganz schön wenn ich meinen einen Adept noch nutzen könnte aber der hat sich halt eingebaut dafür reicht die Energie nicht wenn du was hast was in die Luft schießen kannst könntest du mal diesen Overlord hier abräumen äh gleich ich habe einen Supply Block äh gerade hier oben und der Reaper weigert sich strikt in die Luft zu schießen jetzt habe ich wo ist er bei dir drüben mir kommt es mir kommt es ja erstmal den Reaper drauf schicken ja ja what you want wir dienen ja exekutor du hättest schon leerträgt der kotzt oder war das nur eine komische Anzeige in der ich noch nichts weiß uns fehlen Mineralien guoooo big guoooo big gu mają groß und dick in mosinn oh er ist jetzt auch ein Sänger der sehr viel auf зager gibt jetzt mag ihn aber wir brauchen mehr mineralien da ist schon wieder ein overlord kannst damit auf ob ich habe ich habe mich verbaut kommt ja was ich wollte gerade pushen und wer nicht weg rennen das sind fünf revisions bank australia word for the music du darfst ruhig mit angreifen oh gott ein oller elvis verschnitt da ist rutschikow auch da oder wer wirst du ihn genannt damals eduard kannst du jetzt mal hier das machen da was man sagen das ist doch so country mäßig oder? ja eben völliger much copy get nur ein bisschen lauter machen weil ich höre ihn kaum rock'n'roll das ist schlecht die forschung abgeschlossen warum sind alle meine werke auf der base wie sieht das so aus vorne ich bin unsicher aber wir nehmen ich bin hier in den mann geschädet ohne das mitbekommen zu haben ja du bist auf einmal weg gewesen ich wusste nicht ja das war voll beabsichtigt ich bin erst mal wieder du bist da scheinbar jetzt alleine vorne ich bin weggesterbelt ne da kommt noch die nachhut da aus vorsicht hier ist auch gut dass es sie alle in deine dinger schickt und nicht in meine zwei wichtigsten einheiten die hier sind satellite satellite medivac sind da im gegensatz zum letzten ist das halt schon gott hier ne das ist richtig scheiße das davor war nice nice was das davor möchte ich nicht mehr haben übrigens was ist das eigentlich für eine frisur das ist ein elvis verschnitt das ist ein signal die ganze zeit nein nicht mehr in die das ist das ganze zeitgeist die da ist das ist das das ist das